Und interessant, ich habe nur zwei Pokémon gebraucht. Ich würde sagen, der Kampf ist gewonnen. Ja, das war's. Wunderschöön, wunderschöön, wunderschöön. Ah, schön. Schön, schön, schön. Ja, ich habe dich nie gemesset. Ich bin in den Wildschützen gekommen. Ja, du schon. Gegen dich zu verlieren ist keine Schande. Ich bin froh, dass wir gegen den Kampf gekämpft haben. Was? Schau mal, ich bin sicher. Ah. TM27, ganz ehrlich, der Kampf. TM27, in Tams, hat sich das jetzt gelohnt? Rückkehr. Hm. Wir gehen nach unten. Ja, durch haben wir jetzt den Fahrstuhl hier freigeschaltet. Ich weiß jetzt nicht, war hier unten noch irgendwas? Äh, äh. Ich weiß nicht, war hier irgendwas? Was, 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 so? Noch Trinkserie, was, wie, noch Trinkserie, was, wie, noch Trinkserie, sonst zu fassen, toll. Schön, für dich steht hier irgendwo was rum. Droh, 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 droh. Ich weiß es nicht mehr, deswegen. Hier steht ich dann mit seinem Stallion hier. Ähm, warum ist das Karpot an Land? Was soll der Scheiß? Jetzt, Platz, genau. Bist du doof? Hm, ich komm hier nicht weiter. Unsichtbare Mauer. Juhu. Ähm, pff. Der steht da mit seinem Müraub da rum. Ah, ist ganz schön hier, aber, äh. Ähm, okay. Egal. Jetzt gehen wir weiter den Turm erforschen, jetzt haben wir. Chancen, Chancen, ohne Ende. Ich muss trotzdem mal kurz, ähm. Ja. Menü, PDA, wie viel Kohle hab ich eigentlich? 14.000, johu, das ist gut. Ich krieg mal Items überprüfen. Ja, ja, so überprüfen, sag mal ich auch. Ich muss jetzt zwischen seinen Hypertränke, ähm, bei Leber kann ich ein paar brauen, Hypertränke kann ich mal wo gebrauchen. Hm, gut. Mhm. Schub, 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 schub. Schub, schub, schub. Schub, schub, schub. Aber, warum krieg ich jetzt Schub auf? Du hast keinen Übertränke. Was soll das? Warum hast du nix? Was für einen Saftladen. Du hast ja gar nix. Warum hab ich mir hier ganz solch gekauft? Ich hatte auch irgendwo einen Laden, wo ich mir das kaufen konnte. Hm, war alles in... Hm, war, ich glaub, das war... In dem, ich heiße Erythria? In dem komischen kleinen Dorf, was voll mit Bäumen ist. Emerti, ey. Amt! Da, 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 da. Ja... Ach, ne, halt, ja, boh! Wer macht das hier? Na, es gibt... Nau, alter, sag, geh mir aus dem Weg. Na, weil hier oben... Ist total verrottet. Was bei dir? Wollen wir hier? Schub, ich komm. Kauf, ich komm. Ja, ho, Hypertränke, hm. Kostet auch. ja auf acht aufhören ja und für den rest kaufe ich mir wie lieber drei egal nur ein stück sollten hoffentlich jetzt ausreichen okay und schluss so und ab zurück zum turm so nein nein komm der dritte tritt schluss nun zu lor in wahlkraft den uhr komplett egal den trüben der trüben mit hirn gehen sogar ob die schwinds geil wie auch kinder zu tun Und zu sehr tollen Türen, aber die wir nicht aufmachen konnten. Dum 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 dum. Oh, wir... Einmal kurz die Ja. Dum 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 dum. Gut. Ich glaube, im Turm können wir nur noch speichern, also brauchen wir uns jetzt hier nicht. Durch da. Und tschüss. Dum 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 dum. Dum 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 und wir sind da und grüne vertiefung die grüne karte benutzen eine rote vertiefung und roter adicat benutzen wow schön als gelbe vertiefung ne richtig ja war richtig und dann soll blau sein das sieht eher aus wie lila oder violett blauer adicat was zum wenn der hier geht es nicht weiter doch da geht es weiter warum stellen uns jetzt eigentlich noch so dämliche krypto knechte in den weg wir haben gerade eure bosse besiegt maske regen und ariados oh hab ich eine angst einmächtige regen und ein kleines ariados oh mein Gott warum mache ich solche stimmen heute das ist ja furchtbar okay von der krypto nein es wird rohr im berat ja kommen die setzen keine normalen eingreife ein also leck mich sie schreien gegen den donnerblitz gegen den und dann sind beide wahrscheinlich so gut wie tot oder einer ernein ist oder tot sicher ist nicht sehr effektiv sehr effektiv moh ha ha tot so und den fangen uns auch im schnellen items nein ja meisterball wer es immer noch nicht mitgekriegt hat man kann dieses spiel glitschen indem man einfach den meisterball jetzt verschiebt und dann verbraucht man keinerlei bälle nicht mal den oder jetzt das lichtschild ach ja ariados hat lichtschild gelernt also klar die sind aufgestiegen haben ich habe gelevelt die haben ein paar attacken gelernt wenn ich jetzt nicht alle attacken aufzählen kann müsste halt warten bis ich die pokémon einsetze ja dich habe ich auf jeden fall das ist ein meisterball woher muss kaum gefahren und auch pc übertragen denn 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 wo sehr geil wieso bist du kleiner gesagt so stark ist ja mhm logisches denken scheint dann nicht sehr weit verbreitet sein so weil ich habe die id cards von den bossen jetzt benutzt da müsste doch schnallen mhm ok das ist was groß jetzt sind wir im ton äh ja ist gut pda eine nachricht erhalten mail anzauber und wenn guckte pokémon ist ich habe es geschafft sie kommt so an eine liste von kotoren aber sie können es ja teilweise schickte die daten entschuldigen wir verziehen kann bis später dann aber ja gut ähm karl info mhm karlk-karlalala da fehlen ein paar skoglar äh in orcus orcus muss ich mal später vielleicht nochmal zurückgehen die habe ich nicht gekriegt was habe ich da bald auf Fisch hier bringt in pyrithus nicht gekreilt karlk-karlk-karlk-karlk-karlk-karlk-karlk-karlk-karlk-karlk-karlk-karlk-karlk-karlk-karlk-karlk-karlk-karlk-karlk-karlk-karlk-karlk-karlk-karlk-karlk-karlk-karlk-karlk-karlk-karlk-karlk-karlk-karlk-karlk-karlk-karlk-karlk-karlk-karlk-karlk-karlk-karlk-karlk-karlk-karlk-karlk-karlk-karlk-karlk-karlk-karlk-karlk-karlk-karlk-karlk-k die Obener hat geklappt okay was ist das Verhalten der Eure Wörter oder Wurzeln auch zu lassen das ist eine Prozent die Jahrhunderte Rocao Ray Mora und die Stiftung zu kommen die Betriebe die Berner von Geräusche der Schäcken in der Obstler und Faustumsten aus pausch der Lugschwürstung noch aus Aushand Okerl ...und Siehtraut, Georg, du, und Donnerbitz auf Blanners, auch wenn du nicht ... Aaaaaaaaaaaah! Ich hasse diesen Mogel-Heap. Ich mach Mogel-Heap auch nicht. Du blödes Arsch! Egal, er hätte sowieso nicht angreifen können. Donnerbitz! Pfff, 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 Pfff. Arm, Arsch, ey, die sind beide so... ...Bonner Schock. Schottschild! Stugweh! Oh klar! Zwei miteinander sollte man das an mich einsetzen ... Dummm-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum Oh, ich mach die Musik ... OK... ...omme ... ... ... HARIYAMA... ...du bist gleich tot! HARIYAMA... Donnershock! ganz bittig hätte es nur noch überleben müssen hätte ich mich kaputt gelacht okay ich hätte nicht gerade geschrien okay das war's mit dem und er ist viel zu groß mein Gott wie fett ist dieses Pokémon Boah, Spezialangriff von Hunden, der hat sich voll übertrieben Lombrero, du bist tot Wasserpflanze, keine Chance gegen den Psystrahl, dagegen nein, nicht Donnerschau, Donnerblitz na ist das geil da 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 Mowgli, ich mag dich nicht du mich auch eine Nullrunde bitte ich mag es gar nicht wenn ich dich am Mowgli ansetze ich mag es nicht ich mag es nicht ich mag es nicht Nummer 1 und tschüss ja komm, gib schneller um Juhu, Juhu Donnerblitz aber was ich noch gar nicht gesagt habe, was ich an diesem Spiel auch nicht schlecht finde egal welches Level die Pokémon jetzt haben wir nicht, ich könnte die auf Level 100 hoch trainieren die würden uns trotzdem noch beräuschen und 3-3-3-Boss ja, 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 wird immer stärker Psychokinese äh, Sternschau brauche ich jetzt nicht mehr boah, ist das eklig und und Lämmzich Kinese wunderbar, das wird immer besser BAM BAM Juhu Ich muss doch nicht gleich so eine Rage bringen Ja, leck mich Leck mich Okay Das war's Entschlossen Okay Neben an mich niemanden ansprechen Und noch Tara Gut Hm 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 Ich geh erstmal her Pfff Was soll der Scheiß Hm Och Mann Was ist denn los hier Battle in the Tower Is not normal Ist nicht normal Mh 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 Ja, Krakelo... Das ist kein Krypto, ähm... Ich setz mal einen Erdbeben ein, äh, nach Tarathen eine hohe Verteidigung, also von daher... Finke trifft immer! Ist genau so stark wie Biss... Bumm... Yesss... Und... ...nach geht. Das ist verdrehtbar. Boah... Ja, das ist sehr verdrehtbar. Boah, haut der rein. Finte. Gegen. Nicht so schlimm. War so noch Volltreffer. Ach, du bist der einzige noch. Lehm Schuss, äh... Finse. Okay. Das war's schon. Warum hat der eigentlich einen Knuddelhof? Das passt voll nicht zu nem Bodybuilder. Ja... Du-du-du-du-du-du-du... Dum-dum... Gut... Besieh... Darkstark, wie bist du unglaublich stark? Boah, ich bin stark! Boah, ich bin stark! Boah, ich bin stark, kannst du! Boah! Boah, ich bin stark! Ich habe schon in mir einen Knuddelhof, und ich bin sehr gespannt! Das ist nicht wirklich interessant! Genau!